Immer Schwein Holzi, holzi Äh, du hast nicht zufällig noch ein paar Stäbe? Ne, nur ein bisschen Holz Dann gib mir mal so ein bisschen von dem Holz Ja, ich komm dir grad entgegen So, das wird schon reichen So, das wird schon reichen So, jetzt muss ich erstmal nochmal gucken Wie macht man denn nochmal die Stäbe? Äh, zwei Holzplanken übereinander Ja, okay, dachte ich mir schon Ja, ne, das war ja mal wieder klar Oh, ich will hier keine Sand drin haben Von ab dem Markt Und jetzt komm ich bis da oben hin Ach je, hei, was riecht mich immer alle Ich mach das ein bisschen auf Ach, aha, sehr interessant Jetzt hab ich hier ja schön Oh, in dem Kackteil So Ich höre Wasser, der ist schrecklich Ach, noch mehr Kohle Ach, reiße ich das doch hier alles ein Ich hab завис Ja, ich hab', ich hab' Ich hab' Ich hab' Und Ich hab' So, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich habe. Oh, oh, oh. Oh, das war's. Ja, Spitzhackelschrat Gut, mach ich eben, also mal verarbeite ich da eins Und eine Craftingbox Stell ich da mal hin Was ist eigentlich, wenn man Wolle in den Ofen tut? Warte, pfeff dich mal so Nein, das passiert nicht Hast du aber nur Glück gehabt Dann mach ich mir hier noch ein paar Fackeln Bevor ich hier im Dunkeln stehe, weil ich sowieso schon ein bisschen Tour Aber bevor hier noch ein bisschen was spawnt Mach ich lieber noch ein bisschen Licht Oh, ich will die ganze Zeit ein Skelett verdammt nochmal Hast du das Skelett? Ich glaube ich alles andere hasse Ach, eine Tür wollte ich machen mal Wäre da oben ganz angebracht Gut, Tür eingebaut Hier war ich ein Craftingstock Da rennt sie da gerade lang Ey, hinter die Tür zu machen, Mann Ich will doch hier keine ungebetenen Gäste Was? Sieht so schön aus Wenn die Tür offen ist Ja, ja, von wegen Ja, ja, von wegen Ich mach mal ein paar Treppenstufen Da könnt ihr Kühe auch blöd rum muhen Das ist mir auch kackeiger jetzt So Zwölf Stück Das wird zwar nicht reichen Aber können wir damit anfangen Jahrhäuser Anwäuser Überhäuser Das ist jetzt okay Ich halte das Ich halte die Tür So, jetzt kann man die auch anständig hoch. Ja, so gefällt mir das schon. Hier kommt trotzdem noch ein bisschen mehr zurück. Also direkt über uns scheint die Erde zu sein, also der Hügel. Ach, weiß nicht. Ja, das war nicht gerade der Schlaf. Ja, da muss ich nicht sein. So, da kommt jetzt bei Top of Stone hin. Und das wird jetzt lastig. Okay. 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 Und ich gehe jetzt direkt mal so. Kannst du ja weiter aufnehmen. Ja. Stimmt, du wirst ja jetzt wieder gehen. Genau. Ich nehme jetzt so noch 10 Minuten auf. Dann ist nämlich die Stunde voll. Okay, mach das dann und mich sieht man dann in der nächsten Aufnahme dann wieder. Dann bis zur nächsten Aufnahme. Ja. Genau. So. Jetzt habt ihr mich hier noch ein paar Minuten alleine. Da ist voll das Loch in der Decke. Kann ich auch nicht leiden. Äh. Das war mal wieder Fail. Ich könnte hier mal dahin, 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 dahin. Und packen. Ah ja. Das sieht doch schon gut aus. Das kommt noch weg. Äh. Coppelstone rein. Auch weg. Coppelstone rein. Gut. So gefällt mir das schon. Dann kommen hier Öfen rein. Da kommt diese Box rein. Wo ist die Box? Da mal hin. Zack. Da noch mal hin. Da noch Licht. 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 Ja. Jetzt mach ich noch. Öfen. Ja, ich guck auf die Uhr. Ich guck auf. Ich guck auf. Vielen Dank.